Trifft Dieter hier seine verschollene Tochter? Mein Papa heißt auch Dieter. Ehrlich? Ich bin das. Tochter! Warum fließen hier plötzlich bittere Tränen? Also er hatte das Cybermobbing. Hat mich jemand gefilmt, als ich nackt getanzt habe. Du bist völlig neben der Spur. Die finde ich richtig nett. Lieben sich alles im Kreis. Deutschland sucht den neuen Superstar. Feierlich! Die Castings, Dienstag, 20.15 Uhr. olun.